Manni, wir drehen heute unser Video. Heute ist nun mal aber Altweiber-Faschnacht heißt es oder Fasching in München. Ich weiß nicht, ob man inzwischen Seniorinnen-Fasching sagen muss. Hast du Angst um deine Krawatte heute? Nö, wieso? Es sind ja nicht so viele Mädels hier und ich mache die jetzt auch gleich wieder ab und dann verschwindet die bei mir in der Tasche. Und er hat auch für nächste Woche wieder eine Krawatte. Ich werde es ihm nachmachen. Wir sind eben fix von der Börse.